Hast du eine Toilette? Ja. Ähm, musst du mit dem Deckel... Die Spülung tue nicht recht. Also kannst du machen... Und dann... Jetzt ist Wasser drin. Und dann musst du mit dem Deckel ein paar Mal an der Kaste hinschlafen. Und dann kommt das Wasser, läuft das Wasser. Blödi nehmt! Ja, das ist jetzt erst seit einer Woche. Ist das daheim? Ja. Ah, das ist ja riesig! Ja. Muss ich mir... Also ich muss den Deckel hinten raufschlagen? Nein, also erst, wenn du gespült hast. Ja, jetzt möchte ich es erst ausprobieren. Den Deckel schläge ich... So! Ja, aber jetzt hörst du nichts an. Es muss das Wasser weg sein. Und dann hörst du, wie das Wasser reinräumt. Okay, cool! Schlaue ich mit dem Dingaufeld! Ja! Okay, geht's! Super! Es wäre jetzt bereit für den nächsten.